Willkommen zurück! Robin hier und in diesem zweiten Kapitel meiner Videoserie, deren Playlist du hier oben oder in der Beschreibung findest, möchte ich dir eine tolle neue Funktion vorstellen – Licht und Farbe verbessern. Diese Funktion nutzt ein leistungsstarkes, maschinelles Lernmodell und wurde dem kürzlich eingeführten Filter Farbanpassungen hinzugefügt, den du auch in Final Cut Pro für iPad findest. Und bevor wir uns die Details anschauen, noch der Hinweis, wenn du ein umfassendes Final Cut Pro Training in deutscher Sprache suchst, dann schau doch mal auf unserer Seite für weitere Infos vorbei. Link dazu auch in der Beschreibung. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie wir so schnell und einfach wie noch nie zu einer guten Basis-Farbkorrektur kommen. Okay, ich habe hier ein Projekt mit einer Drohnenaufnahme, die meiner Meinung nach etwas zu dunkel ist und außerdem einen leichten Blaustich hat. Um das auf einen Schlag zu korrigieren, kann ich den neuen, durch maschinelles Lernen verbesserten Farbanpassungsfilter anwenden. Wie üblich gibt es mehrere sehr einfache Möglichkeiten dies zu tun. Die naheliegendste ist vielleicht, dass du in deiner Filterübersicht die Kategorie Farbe aufrufst und den Farbanpassungsfilter entweder von dort auf den Clip ziehst oder wenn der Clip ausgewählt ist, einfach doppelt darauf klickst. Und wie üblich erscheint er in meiner Effektsliste. Das widerrufe ich mal. Du kannst auch einfach in das Informationsfenster für Farbe gehen und den Farbanpassungsfilter aus dem Menü der Farbkorrektur-Option oben auswählen, vorausgesetzt du hast ihn nicht als Standard eingestellt, dann wird er aber auch nur auf den Clip angewendet, wenn ich etwas ändere. Das widerrufe ich auch mal. Zu guter Letzt kannst du im Menü Farbkorrektur und Audioverbesserung unter dem Viewer den neuen Menüpunkt Licht und Farbe verbessern auswählen oder Control Option Command O drücken. Wobei ein erwähnenswerter Unterschied zwischen den drei Optionen ist, dass nur wenn ich es aus dem Menü oder über das Tastaturkürzel anwende, der Farbanpassungsfilter angewendet und der Clip kurz analysiert und die neue Licht und Farbe verbessern Analyse für alle Parameter aktiviert wird. Bei einer der anderen beiden Methoden muss die Verbesserung manuell aktiviert werden. Ist sie nicht aktiviert, verhält sich der Filter genauso wie in früheren Versionen. Sobald er aktiviert ist, analysiert er mit Hilfe von maschinellem Lernen das aktuelle Bild und optimiert automatisch den Tonwertumfang des Bildes im Bereich Licht und entfernt Dinge wie Farbstiche im Bereich Farbe. Mit einem kleinen Zauberstab lassen sich die jeweiligen Bereiche aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich mir die Funktionalität und die Ergebnisse ansehe, kann ich nur vermuten, dass dies den Effekt Farbbalance ersetzt, abgesehen vielleicht von einem manuellen Weißabgleich, falls nötig. Der Farbbalance erfüllt zwar einen ähnlichen Zweck, nämlich die Anpassung von Helligkeit und Kontrast und die Beseitigung vermeintlicher Weißabgleichsprobleme, hat aber den offensichtlichen Nachteil, dass er weder maschinelles Lernen einsetzt, um diese Entscheidungen zu treffen, noch dass du die Ergebnisse wirklich ändern kannst. Im Gegensatz zum Filter Farbbalance kannst du also, nachdem du die Option Licht und Farbe verbessern ausgewählt hast, weitere, meiner Meinung nach leicht verständliche manuelle Anpassungen mit den verschiedenen Parameter des Effekts vornehmen. Du kannst zum Beispiel die Bereiche Licht oder Farbe separat deaktivieren, um diese Parameter von der Analyse auszuschließen, oder du kannst die Parameter in jedem Bereich einzeln anpassen. Dadurch werden automatisch sowohl die Hauptverbesserungen als auch die Verbesserungen für den Licht- oder Farbbereich deaktiviert, je nachdem was du änderst. Eine wichtige Sache, die du beachten solltest, ist, dass die Analyse bzw. die daraus resultierenden Einstellungen für die einzelnen Parameter immer auf der Grundlage des aktuellen Bildes bestimmt werden, wie ich bereits erwähnt habe. Ich entferne es nochmal. Wenn ich mir also zum Beispiel das erste Bild meiner Drohnenaufnahme ansehe, ist es wie gesagt ein bisschen dunkel und hat einen leichten Blaustich. Damit ich die Ergebnisse besser beurteilen kann, drücke ich zuerst Command-7, um die Scopes zu öffnen. Ich stelle es mit einer Zweiteilung ein, dass das Scope oben für die Sättigung ist und die RGB-Parade unten für die Beurteilung der Luminanz. Um zusätzliches visuelles Feedback im Viewer zu erhalten, gehe ich in das Darstellungen-Menü des Viewers und aktiviere unten die Bereichsprüfung sowohl für Luma als auch für Sättigung. Jetzt wende ich einfach das Licht und Farbe verbessern mit Control-Option-Command-O an. Und das war's. Der Dynamikumfang des Bildes wird verbessert und der Farbstich ist so gut wie neutralisiert. Nach der Anwendung kann ich mit dem Farbanpassungen-Effekt weitere manuelle Anpassungen vornehmen. Wenn ich die Analyse mit dem kleinen Zauberstab-Knopf für jeden Bereich einzeln deaktiviere, kann ich die Auswirkungen der einzelnen Bereiche sehen. Wenn ich den Bereich Licht deaktiviere, wird das Bild wieder dunkler. Wenn ich den Bereich Farbe deaktiviere, kommt der blaue Farbstich zurück. Wenn ich sowohl den Licht als auch den Farbbereich aktiviere, habe ich zumindest einen sehr guten Ausgangspunkt für weitere Verbesserungen. Wenn ich mir die einzelnen Werte anschaue, kann ich sehen, was laut Analyse am meisten verbessert werden muss. Im Bereich Licht sind es zum Beispiel die Belichtung und die Helligkeit. Im Bereich Farbe ist die Wärme der hellen Bereiche, also die Lichter, offensichtlich die größten Problempunkte. Das gibt mir auch einen guten Anhaltspunkt dafür, was ich anpassen muss, wenn ich es in die gleiche Richtung mehr oder weniger stark verbessern will. Wenn ich mir also die Scopes ansehe und denke, dass sie etwas mehr Aufhellungen vertragen könnten, kann ich die Belichtungs- und Helligkeitsregler verwenden, um sie näher an 100% IRE zu bringen. Dabei achte ich auch auf meinen Viewer, um sicherzustellen, dass ich keine Bereiche überbelichte, die auch durch das Zebramuster in den Wolken angezeigt wird. Und wenn ich denke, dass es immer noch zu blau ist, kann ich die Wärme für die Lichter oder sogar die Mitteltöne und Schatten anpassen, vielleicht sogar die Gesamtsättigung. Je nachdem, welche Basiskorrektur oder welchen saisonalen Look, sage ich mal, ich anstrebe. Wenn ich zufrieden bin, kann ich den Filter ein- und ausschalten, um seine Wirkung zu sehen. Das sieht ziemlich gut aus, wenn du mich fragst und ich denke, dass dies ein hervorragendes Werkzeug ist, vor allem für Leute, die sich nicht allzu sehr mit den Feinheiten der Farbkorrektur auskennen. Ich kann mir vorstellen, dass hiermit viel mehr Leute viel einfacher und schneller die gewünschte Korrektur bekommen können. Okay, jetzt habe ich das erste Bild nach meinem Geschmack korrigiert. Aber wie ich schon sagte, richtet sich sowohl die Analyse als auch die Gesamtkorrektur nach dem aktuellen Bild. Was passiert also, wenn ich den Rest des Clips überfliege? Nur wenige Sekunden später im Clip erkenne ich an dem Zebramuster, dass die Belichtung in diesem Teil des Clips und auch später zu hoch ist. Das ist nichts Ungewöhnliches, wenn man nicht mit einer automatischen Belichtung arbeitet. Ich habe also grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich kann nach dem hellsten Teil des Clips suchen und die Verbesserung für alles oder nur für die Helligkeit aktivieren, voraussgesetzt das Ergebnis gefällt mir, oder ich kann die Belichtung für dieses Bild manuell anpassen. Wenn ich aber zum ersten Bild zurückkehre, kann ich natürlich sehen, dass dieser Teil des Clips dadurch wieder dunkler wird. Wenn ich nur eine allgemeine Basiskorrektur für den gesamten Clip brauche, könnte ich es dabei belassen. Ich möchte aber eine einheitliche Belichtung für den gesamten Clip, also mache ich das nochmal rückgängig. Um die ursprüngliche Korrektur am Anfang beizubehalten, setze ich einfach einen Keyframe am ersten Bild oben im Informationsfenster und skimme dann bis zu dem Punkt kurz bevor der Himmel überbelichtet wird. Hier setze ich einen weiteren Keyframe und skimme dann ein Stück weiter bis zu dem Punkt an dem er noch stärker überbelichtet ist. Jetzt kann ich einfach die Parameter wie Belichtung, Helligkeit und Schwarzpunkt nach Belieben anpassen, bis das Zebramuster aus der Bereichsprüfung verschwindet, wodurch automatisch ein weiteres Keyframe erstellt wird. Aber nur für die Parameter die ich anpasse übrigens. Ich kann das jedes Mal wiederholen, wenn ich sehe, dass das Zebramuster wieder ins Bild schleicht. Wenn ich anschließend durch den gesamten Clip skimme, kann ich sehen, dass die Belichtung im gesamten Clip jetzt viel gleichmäßiger ist. Ich kann sogar sehen, wie sich die Parameterwerte ändern, wenn ich mich durch den Clip bewege. Wirklich schön und sehr einfach. Mit meiner konsistenten Basiskorrektur könnte ich nun weitere Farbkorrekturfilter anwenden, um einen bestimmten Look zu verfeinern oder zu verbessern. Zum Beispiel mit Farbrädern, Kurven oder einem der 12 neuen Voreinstellungen für die Farbkorrektur, die in Version 10.8 eingeführt wurden. Diese sind übrigens auch für Final Cut auf dem iPad verfügbar, was wiederum eine nahtlose Kompatibilität der Farbkorrektur auf allen Geräten ermöglicht. Übrigens, falls du es noch nicht weißt, du kannst die Farbanpassungen oder einen der anderen vier Farbfilter als deinen Standard einstellen. Du gehst einfach mit Command Komma in die Final Cut Einstellungen und wählst hier unten unter dem Reiter Allgemein den Farbkorrekturfilter aus, den du am meisten bevorzugst. Wenn ich hier Farbanpassungen einstelle und das Einstellungsfenster schließe, wird jetzt jedes Mal, wenn ich Command 6 drücke, um das Informationsfenster für Farbe zu öffnen, der Filter angezeigt, den ich als Standard eingestellt habe, damit ich sofort Anpassungen vornehmen kann. Oh, und nicht zu vergessen, dieselben Verbesserungen des maschinellen Lerns sind auch in der Version des Farbanpassungsfilters für Motion verfügbar. Du wendest ihn einfach vom Filtermenü oder der Filtermediathek an, aktivierst ihn und passt ihn an, genau wie du es in Final Cut Pro tun würdest. Und meinst du, der Effekt Farbbalance kann in Rente geschickt werden? Ist diese neue Funktion für dich nützlicher als die üblichen, eher kryptischen Rad- und Kurvenbasierten Korrekturen? Probiere es aus und lass uns gerne in den Kommentaren wissen, wie es bei dir funktioniert und was du davon hältst. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas Neues gelernt hast, unterstütze gerne den Kanal, indem du uns ein Like gibst oder ihn abonnierst. Klicke noch die Glocke und du wirst benachrichtigt, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Und wenn du dich für andere großartige Änderungen und Funktionen interessierst, schau dir die Playlist oder das vorherige Video an, wo ich dir die Änderungen an der scrollenden Timeline erkläre oder das nächste, wo ich dir die erstaunliche neue Slow-Mo-Funktion zeige. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Danke fürs Zuschauen und pass auf dich auf!